Ich merke gerade, es ist so unheimlich schwer hier irgendwie großartig sich an die, äh, an seine eigentlichen Vorstellungen da irgendwie großartig zu halten. In diesem Sinne, Servus, gut, Sie haben ja Lude, die kann es wieder dazu. From Zero to, hopefully something more than a Zero, Street Fighter Cross Tekken. Und ich muss gestehen, ja, ich habe meine, äh, meine schlechte Bewertung gestern, äh, absolut verdient. Oder vorgestern. Äh, nicht zuletzt, weil ich ein fauler Sack bin. Und ich merke wirklich, es ist unheimlich schwer, äh, insofern hier irgendwie großartig täglich was auf die Reihe zu kriegen. Nicht zuletzt, weil mich jetzt in den letzten Tagen alles irgendwie komplett eingespannt hat. Spätschicht, Bla und Keks. Äh, in diesem Sinne werde ich dann auch gleich schon mal sagen, nächsten Dienstag, äh, Montag, Dienstag habe ich Spätschicht. Da werde ich definitiv keine Spiele am Vormittag aufnehmen können. Wenn ihr hier schon seht, wie jetzt hier gerade eben, oh nein, es wird nix. You know what I mean? Uh, ja. Bananarama! Ach, ja. Ding, ding, ding. Ich lege den Controller beiseite, um die Suche neu zu starten. Und heute werde ich definitiv... Halt... Heute werde ich definitiv nicht... Äh... Äh... Ja, heute werde ich definitiv nicht auf stärkere Leute suchen, weil... Ich bin doch nicht geistesgestört! Ihr etwa? Nein! Die Uhr ist übrigens 18.41 Uhr. Ja, aber es gibt's großartig zu sagen, außer dass hier heute wieder mal überhaupt nix kommt. So was ist echt schon problematisch. Problematisch. Alle... 99... Ach, was Scheiß. Das wird so in die Hose gehen. Sowas von... Sowas von... Belgian. Fangen wir heute mal an mit... Rolento! Und Ryu. Dieses Mal tatsächlicherweise... Ach Gott. Alisa? Sagt mir gar nix jetzt. Alisa, Alisa, Alisa? Sagt mir jetzt nichts. Ist es wahrscheinlich ein DLC-Charakter. Oh Gott. Das ist nicht gut so schnell. Warum bin ich immer nur so blöd? Ich Hör. Hi! Pau! 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 Ich krieg nicht mal irgendwie die einfachsten Kombos hin. Wow. Leute. Das ist aber auch mal was Interessantes. Das ist auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Auch wenn ich komplett zerfetzt werde. Beziehungsweise nicht mal nur ein bisschen zerfetzt werde, sondern generell total. Au. Schade. Schade. Das hat aber irgendwie doch ganz guten Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht gerade. Aber auch nur, weil er mit mir gespielt hat. Das sieht so cool aus, Elisa. Warte, wieso kriege ich bei dem mehr Abzüge als irgendwie großartig bei dem von vorher? Ich verstehe es nicht. Ich muss mal gucken, welcher Charakter das war. Was habe ich denn nur gekriegt? Nu, Kammer. Scharf und scharf. Schlecht vorbereitet. What you don't say. Elisa. Wollen wir sie denn? Ach, da oben. Ja, auch noch. Die fand ich zum Beispiel ziemlich interessant. Die Kleene. Naja, versuchen wir noch einen. Da. Suchen wir mal. Vielleicht finden wir ja einen. Vielleicht auch nicht. Ich glaube eher nach dem, vielleicht auch nach dem, nein, wir finden keinen. Wenn wir schon wieder einen 3000er, 8000er abgekriegt haben. Kein Wunder, dass hier keiner irgendwie großartig spielt, wenn die Matchmaking, glaube ich, so schlecht ist, dass hier alles auf Null läuft. Ich meine, das war doch gerade wirklich wieder so eine Sache. Ja, wir begeben uns in die Höhle des Löwen. Ja, ja. Die Höhle des Löwens, die ruft mich gar an. Ich liebe den tollen, den wundervollen Suchmodus, denn der ist so prickelnd und wundervoll. Ja, ich weiß, was mir langweilig wird, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich langweilig ist. Bam, 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 bam. Uh! 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 Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Cool. Cool. Wenn das gleiche Stärke ist, dann weiß ich aber auch nicht. 800, ey, 638. Naja, was willst du da machen? Ich merke gerade... Der gute Herr weiß, wie man spielt. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Das wird doch wieder nix. Ja, geil. Boing. Ja, nee. Ich hasse es. Egal. You lose. 32. Boah. Nee. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Vergleiche. Ja. Nee. Sorry. Nicht gegen die gleichen Leute. Zweimal hintereinander. Man kennt das Spiel. Suchen wir mal nach einem endlosen Kampf. Ach. Endlose Kampf. Neue Lobby erstellen. Größe. Fünf. Fünf. Vier Leute. Rundenanzahl drei. Drei. Gleiche Anzahl. Private Plätze nichts. Schauen wir mal. Ob sich ein paar Leute finden. Ich glaube nicht mal, dass irgendwelche Leute finden. Nein. So. Ich gebe dem Ganzen jetzt zwei Minuten. Nicht mal zwei Minuten. Nein. Genug als zwei Minuten. Ich bin unentschlossen, ich weiß. Ich habe auch keinen Bock hier irgendwie großartig an was mitzumachen. Geht mehr stärker. Das ist immer noch der gleiche. Ich kann es wetten. Ja, es ist immer noch der gleiche. Ja! Check. Check. Es wird nichts. So was man überhaupt nicht. Ich würde hier gerne irgendwie großartig Geld dafür ausgeben, mir das Charakter-Extra-Pack zu holen, aber zwei Gründe, die dagegen sprechen. Grund 1, es sind zu wenig Spieler da. Grund 2, es sind zu wenig Spieler da. Grund 3, es sind zu wenig Spieler da. Und Grund 4, es ist zu teuer. Ich sage noch nicht, 15 Euro für 12 Charaktere. Ich bitte dich. Bei einem Spiel, ich würde es theoretisch machen, wenn das Spiel mehr los wäre. Aber hier ist überhaupt nichts los. Ich breche es ab. Nee. Wird nichts. Sorry. Bis morgen.